Aller Anfang ist schwer? Nun, ich denke, mit dem notwendigen Basiswissen kann man auch selbst komplexere Aufgaben ganz gut alleine meistern. Genau darum geht es in diesem Film. Wir möchten für Schulungs- und Testzwecke eine vorhandene Umgebung, also die Dynamics einer V-Server-Instanz und die Datenbank kopieren. Das Ergebnis ist danach eine eigenständige Instanz mit einer eigenen Datenbank. Am Ende dieses Films wissen Sie, was ein Alias ist, wie Sie eine Umgebung vollständig kopieren und wie Sie ein eigenes Modul daraus erstellen können. Starten wir hier zunächst in der Windows PowerShell ISE. Ich muss zugeben, dass die vollständige Umsetzung dieser Aufgabe wohl den zeitlichen Rahmen dieses Films sprengen würde und daher habe ich gestartet, wie ich es sehr gerne tue, nämlich zunächst mit einer groben Struktur der Inhalte und der Aufgaben, die ich gerne umsetzen möchte. Schritt 1 wird also sein, eine Datensicherung zu erstellen, um die bestehende Datenbank später in Schritt 2 wiederherzustellen, allerdings dann mit einem neuen Namen. Damit wäre die Kopie unserer Datenbank erledigt. Schritt 3, wir erstellen eine neue Dynamics einer V-Server-Instanz und weisen dann in Schritt 4 die neue Datenbank zu und passen die Konfiguration entsprechend an. Im Schritt 5 versuchen wir die neue Dynamics einer V-Server-Instanz zu starten, damit wir erfolgreich mit der Demo-Umgebung arbeiten können. Ich habe hier bereits einiges vorbereitet und was auf den ersten Blick möglicherweise sehr komplex wirkt, wird auf den zweiten Blick jetzt in den nächsten Minuten genauer erklärt und Sie werden feststellen, dass Sie sich rasch zurechtfinden. Zunächst habe ich hier in der Zeile 3 einen sogenannten Alias verwendet. Alias sind Abkürzungen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Skriptblöcke übersichtlicher zu gestalten. In diesem Fall habe ich mich entschieden, anstelle von WriteHost den Buchstaben C als Abkürzung zu verwenden, was für mich in der Schreibweise und in der Umsetzung etwas schneller geht. Zusätzlich habe ich mir hier eine einfache Funktion angelegt, die ich Line genannt habe und jedes Mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, gibt mir die Konsole einen Strich aus, um mehr Übersicht in der Interaktion mit dem Benutzer zu haben, wie zum Beispiel auszugeben, wo sich das Skript gerade befindet. Kommen wir zum entscheidenden Punkt, zur Funktion, die die kompletten Anweisungen für die Kopie enthält. Funktion ist hier mit dem Namen CopyNRV Server Instanz versehen und beinhaltet mehrere Blöcke. In der Windows PowerShell gibt es sogenannte einfache Funktionen oder Commandlet Funktionen. Sie können diese auf sehr einfache Art und Weise erstellen und zwar genauso, wie Sie es vielleicht selbst schon mal mit einfachen Funktionen getan haben. Verwenden Sie die rechte Maustaste, wählen Sie Ausschnitte starten, doch wählen Sie statt Function Commandlet erweiterte Funktion oder Commandlet erweiterte Funktion beendet. Wie der Name der Funktion bereits sagt, bietet Ihnen diese Möglichkeit verschiedene Varianten und Optionen an, die Sie in einer klassischen Funktion nicht vorfinden. So können Sie mit Commandlet Funktionen zum Beispiel Commandlet Bindings erzeugen. Das bedeutet, dass Sie typische Schalter wie Force oder Confirm in Ihrer Funktion ebenfalls zur Verfügung haben. Sie können angeben, ob der Parameter an die Pipeline übergeben werden darf, beziehungsweise ob die Funktion selbst mit der Pipeline arbeiten kann und viele, vieles mehr. Genau aus diesem Grund habe ich mich hier für eine Commandlet Funktion entschieden, die verschiedene Parameter beinhaltet. Der erste Parameter ist die bestehende NRV Server Instanz, die ich kopieren möchte. Der zweite Parameter ist der Namen der neuen Server Instanz, also der Name der Kopie, wenn das Skript entsprechend erfolgreich ausgeführt wurde. Der dritte Parameter ist eine Art Präfix, also ein Anhang, der zusätzlich zu den bestehenden Namen einer Server Instanz und der Datenbank eingefügt werden soll, damit ich später die Kopie von der echten Datenbank und vom echten Server Dienst besser unterscheiden kann. Einem Pfad, in dem die neue Datenbank erstellt werden soll. Einen Dateinamen, der verwendet wird, wenn ein Backup der bestehenden Datenbank erzeugt wird. Und die klassischen Parameter wie Management Board, Client Services Board, OData Board und Soap Board, die wir benötigen, wenn wir eine neue Dynamics NRV Server Instanz anlegen. Werfen wir einen Blick auf die Ausführung. Wir starten zunächst mit dem Import des SQL Server Moduls, um eine Datensicherung erstellen zu können und auch um diese selbstverständlich wiederherstellen zu können. Zusätzlich importieren wir das Microsoft Dynamics NRV Management Modul, um verschiedene Befehle zur Verfügung zu haben, die uns dabei helfen, die Server Instanzen zu verwalten. Das System gibt uns danach innerhalb der Konsole einen Hinweis aus, dass die Demo-Umgebung jetzt erzeugt wird, also dass das Skript startet. In weiterer Folge lesen wir die bestehende Konfiguration der vorhandenen Dynamics NRV Server Instanz. Nun folgt das eigentliche Backup der Datenbank und zwar in dem Pfad, den wir unter Backup-Pfeil angegeben haben. Danach, erfolgt die Wiederherstellung der Datenbank. Wenn die Datenbank erfolgreich wiederhergestellt werden konnte, erzeugen wir zum Abschluss eine neue Dynamics NRV Server Instanz und setzen diese mit dem Commandlet set-nrv-server-instance-start in den Status gestartet. Am Ende der Funktion geben wir zusätzlich für den Benutzer einen Hinweis aus, dass die Demo-Umgebung nun erfolgreich erzeugt wurde. Nun ja, dann können wir loslegen. Doch bevor wir loslegen, sollten wir die Funktion definieren. Wenn es sich um sehr komplexe Funktionen handelt, das bedeutet also, dass sie sehr viel Code oder Codeblöcke beinhaltet, dann können Sie hier innerhalb der ISE einzelne Blöcke auf- und zuklappen. Das macht Ihnen das Markieren der Funktion ein wenig leichter. Da wir nicht sofort die Kopie starten wollen, sondern zunächst nur die Funktionen und den Alias definieren, verwenden wir das Symbol Auswahl ausführen oder die Taste F8 auf Ihrer Tastatur. Dieser Fehler kann schon mal vorkommen und passiert dann, wenn Sie bei der Markierung einen Teil der Funktion vergessen. Wir scrollen daher ein wenig nach unten, bemerken, dass wir hier den letzten Block, also das Ende der Funktion inklusive der Klammern, nicht markiert haben und damit natürlich einen entsprechenden Syntaxfehler erzeugen. Wir markieren erneut und versuchen jetzt mit der Taste F8 ebenfalls erneut die Definition der Funktionen auszuführen. Nun sind die Funktionen definiert und wir können mit der Kopie unserer Umgebung starten. Bevor wir allerdings die Funktion hier aufrufen, müssen wir einige Parameter noch anpassen und diese entsprechend durchgehen. Wir benötigen zunächst die Quelle, also die bestehende Dynamics NRV Server Instanz und das Ziel, also den Namen für die neue Dynamics NRV Server Instanz. Da ich diese Instanz bereits erzeugt habe, verändere ich hier jetzt den Namen für das Ziel auf Copy 4 oder Copy 5. Im Grunde spielt das hier keine große Rolle. In weiterer Folge trifft diese Änderung auch für den Präfix zu, der an die Datenbank angehängt werden soll. Der muss zwar nicht identisch sein, aber es empfiehlt sich, diesen identisch zu halten, sodass man am Ende einen besseren Überblick hat. Die restlichen Informationen sind optional, müssen allerdings angegeben werden, wie zum Beispiel der Pfad, in dem die Sicherung erzeugt werden soll oder der Pfad, in dem die neue Datenbank erzeugt werden soll. Nun starten wir das Commandlet bzw. unseren Funktionsaufruf. Aufgrund von Sicherheitseinstellungen bekommen wir zunächst die Frage, ob wir tatsächlich ein Backup dieser SQL-Datenbank durchführen möchten. Diese beantworte ich mit Ja. Am Ende der Sicherung startet Schritt 2, also das Wiederherstellen der Datenbank und genau in die umgekehrte Richtung erneut die Frage, ob wir die Wiederherstellung tatsächlich durchführen möchten. Nachdem und währenddessen die Wiederherstellung durchgeführt wird, wird danach eine neue Dynamics NRV Serverinstanz angelegt und diese Datenbank dieser Serverinstanz zugewiesen. Das Ganze können wir jetzt im Moment nicht optimalerweise sehen, denn es befindet sich hier jetzt direkt in der Konsole im Hintergrund. Allerdings sollte das in wenigen Sekunden fertig sein und dann können wir ein wenig nach oben scrollen und uns die einzelnen Schritte nochmals ansehen. Wir erkennen also die Schritte, die wir vorher grob definiert haben, nämlich das Erstellen der Sicherung, die Wiederherstellung der Sicherung, am Ende das Erstellen der Serverinstanz und dann das Starten der Serverinstanz. Gut, überprüfen wir im NRV Administrationstool, ob die neue Umgebung tatsächlich vorhanden ist. Ein kurzes Aktualisieren mit der Taste der F5 sollte uns dabei helfen, festzustellen, ob die Serverinstanz erzeugt wurde. Unser Ziel war ja zusätzlich, dass wir eine neue Datenbank erhalten, die dieser Serverinstanz zugewiesen ist und das erkennen wir, indem im Feld Datenbankname ebenfalls die neue Datenbank eingetragen wurde. Sie haben also gesehen, dass mit wenig Basiskenntnissen, allerdings natürlich mit ein bisschen mehr Zeit, verschiedene Codeblöcke miteinander kombiniert werden können, sodass man doch schon sehr komplexe Aufgaben hier auf diese Art und Weise umsetzen kann. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich diese Funktion immer und immer wieder irgendwo verwenden möchte und dabei ein bisschen einen einfacheren, einen schnelleren Zugriff auf diese Funktionalitäten benötige bzw. gerne hätte. Und vielleicht erinnern Sie sich noch das ganz zu Beginn in meinen beiden Kommentaren hier. Der zweite Kommentar war Modul erzeugen. Wie mache ich also jetzt hier aus meinen eigenen Codeblöcken ein Modul, sodass es mir möglich ist, dieses jederzeit zu importieren oder vielleicht sogar noch weiter, dass ich dieses Modul auch anderen Kollegen und Kolleginnen anbieten kann? Und die Antwort darauf ist relativ einfach. Wir speichern diese Skriptblöcke unter einer anderen Dateiendung. Dabei sollte natürlich im Modul selbst der Aufruf nicht vorhanden sein, denn den möchte ich ja dann in weiterer Folge an den verschiedenen Stellen möglicherweise woanders einbauen. Das heißt, ich entferne hier zunächst den Aufruf, wähle dann den Punkt Datei speichern unter, suche nach einem entsprechenden Pfad und Sie sehen, ich habe das Ganze hier schon mal gemacht. Das ist aber kein Problem. Ich werde hier einfach den Dateinamen verändern und hinten noch Demo anhängen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. PowerShell-Skriptmodul-Dateien haben eben die Dateiendung PSM1 und damit weiß die PowerShell, das ist ein Skriptmodul. Wie kann ich dieses Skriptmodul aber jetzt verwenden? Dazu habe ich hier im Hintergrund eine zweite Windows-PowerShell-Sitzung geöffnet, einfach um zu zeigen, dass die Gültigkeit der Variablen immer nur sitzungsbezogen ist. Bedeutet also, lade ich mir hier alle aktuellen Module, beziehungsweise zeige ich mir die Module an, die hier im Moment geladen sind. Dann werden wir feststellen, unser Modul, nämlich unser Modul Demo-Umgebung kopieren, das ist hier noch nicht dabei. Wir haben zwar das NRV-Management, aber noch nicht unser eigenes Modul. Und die Handhabung ist im Grunde völlig identisch. Es spielt keine Rolle, ob es ein Modul ist, das Sie erstellt haben oder ob es ein Modul ist, das Sie von irgendeinem Produkt eben entsprechend erhalten haben. Sie verwenden das Commandlet Import Module und fehlen dann Ihre PSM1-Datei, in meinem Fall hier jetzt diese Demo-Umgebung erzeugen Demo-Datei. Und nachdem Sie diese Zeile ausgeführt haben, ist auch Ihr Modul nun in der Liste der geladenen Module. Das bedeutet, die Commandlets Copy-NRV-Server-Instanz und Line zum Beispiel und auch der Alias, die sind jetzt hier automatisch zur Verfügung. Die können jetzt eingesetzt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie diese Funktion bzw. diese Befehle verwenden möchten, brauchen Sie jetzt nur mehr Ihr Modulladen und Sie werden bemerken, dass es sehr, sehr einfach ist, mit Modulen zu arbeiten und daher relativ bald beginnen werden, Ihre verschiedenen Funktionen in Modulen zu sammeln. Passen Sie halt auf bzw. achten Sie darauf, dass Ihre Funktionen nach Kategorien irgendwie zusammenfassen, sodass nicht nur Sie sich zurechtfinden, sondern vielleicht auch Ihr Kollege oder Ihre Kollegin. In diesem Film haben Sie also gesehen, dass man mit bestimmten Basisinformationen komplexe Aufgaben schon selbst umsetzen kann und gleichzeitig, wie einfach es ist, ein Modul zu erzeugen, indem ich die Dateiendung verändere.